hallo zu einem kleinen video ja ich hoffe ihr habt weihnachten gut überstanden und ja bald ist ja neues jahr ich hoffe dass ihr keine blödsinn macht und so ne und aber warum ich eigentlich angeknüpft habe hier ein kurzes video bezüglich halt dieses abo spezial mache ich mal live stream hatte ich ja mal angewähnt erwähnt werde ich machen neujahr also ersten januar um ca 15 uhr wird wahrscheinlich passen gehe ich mal von aus dass die meisten dann wahrscheinlich auch schon ausgeschlafen haben und vielleicht schon ein bisschen nüchtern sind also ja also soweit wieder fit sind sagen wir mal so und ja da wird vielleicht nicht ja was wird da geben ich mache vielleicht ein spiel an damit ich ja ich weiß ja nicht wann ihr und wie viele jetzt aufstoßen aufstoßen einschalten zuschalten wie auch immer man das nennt mal irgendwie ein spiel an weiß nicht landwirtschaftssimulator oder so irgendwas was ich so nebenbei so laufen lassen kann und ja auf euch dann warte im prinzip ja das heißt warte aber dass ich ein bisschen was zu tun habe falls ihr nicht sofort die nachricht kriegt oder wie auch immer und genau also wenn da irgendwas steht wegen dass ich gaming mache und oder so da wird auch nicht irgendwie stehen dass ich landwirtschaftssimulator spiele im titel sondern irgendwie abo spezial was weiß ich oder keine ahnung live streamen oder weiß ich nicht keine ahnung auf jeden fall irgendwie sowas und ja was wird thema sein thema wird sein keine ahnung quatschen oder beziehungsweise frage antwort ihr könnt mir irgendwas fragen was ja wissen möchtet oder zur meinung oder so oder ja gemeinsam kanal keine ahnung was ihr möchtet oder halt irgendwie über thema oder was weiß ich da finden wir schon irgendwas ja ich würde das ganze erst mal meine erfahrung ist es sind nicht so viele zuschauer da und ich würde erst mal eine stunde machen je nachdem ob jemand da ist oder nicht also dann auch bitte am ball bleiben ich würde dann auch nachfragen und so ne das ist ja klar aber eine stunde würde das machen wenn dann aber keiner mehr da ist oder so dann mache ich das nach einer stunde aus und ja ich würde es dann erst mal runter nehmen also das wird nicht wieder sichtbar sein je nachdem was da passiert und ja nur dass ihr mein wisst also da kommt ein abo spezial weil wir sind jetzt bei 204 abonnenten genau 204 abonnenten und ja wie gesagt bleibt bleibt schön dabei empfiehlt das immer weiter wenn es natürlich interessant ist und immer daumen hoch wird auf wird mich freuen und was mich noch ein bisschen mehr freuen würde ist halt die kommentare genau aber die live streams das soll jetzt nicht zur tagesordnung werden oder so weil die sind dann immer so lang und die videos nicht und dann schießt der algorithmus immer die ja die videos immer kaputt oder die live streams machen die videos kaputt und ja das soll es auch soweit gewesen sein genau dann hoffe ich dass das was wird dass einige entscheiden und dann würde ich sagen genau morgen kommt noch ein irgendwann des tages weiß ich noch nicht genau wann aber dann kommt noch ein jahresrückblick und das schaffe ich jetzt nicht mehr aufzunehmen mal sehen vielleicht heute abend oder so auf jeden fall kommt morgen auf jeden fall noch eins kann auch sein dass das später kommt dann guckt jetzt halt samstag oder wie auch immer aber das ist dann auch wieder so ein video aus der reihe ist dann halt so und ja das nur mal so als information und ein kleiner blog denke ich mal kommt sonntag wieder wie gehabt und dann würde ich sagen sehen wir uns im neuen jahr wieder bis denn nicht ganz im neuen jahr es kommt ja freitag noch eins also ich hoffe aber trotzdem dass ihr schön ins neue jahr reinkommt und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss